Die sechs Parameters sind Eigenschaften und Geisteshaltungen, die jeder Mensch lernen und kultivieren kann, der bewusster leben will. Dabei helfen vor allem Achtsamkeitsübungen und Meditationen, die Parameters in sich zu verwurzeln und zu Freiheit, Glück und Weisheit zu gelangen. Niemand will leiden. Vor mehr als 2500 Jahren machte sich der indische Prinz Siddhartha auf den Weg, um herauszufinden, wie Menschen sich von dem Leid, das zu jedem Leben dazugehört, befreien können. Er versuchte sich an den gängigen Methoden seiner Zeit, beschäftigte sich mit der Philosophie und lebte mit Asketen. Doch nachdem er alle bekannten Techniken, die Erleuchtung versprachen, ausprobiert hatte, musste er feststellen, dass keine seiner Erfahrungen zum Ziel führte. Trotzdem wollte er nicht kapitulieren. Er setzte sich unter einen Baum und versprach sich, erst dann wieder aufzustehen, wenn er eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der Ursache von Leid gefunden hatte. In tiefe Meditation versunken erforschte er sich. Und wirklich, er fand die Antworten, nach denen er suchte. Und die Essenz dessen, was er schließlich herausgefunden hat, lässt sich so beschreiben. Alle Wesen wünschen sich Glück. Und niemand will leiden. Doch das äußere Glück ist unbeständig. Und in jedem menschlichen Leben gibt es immer wieder neue, leidvolle Erfahrungen. Die Ursachen dieses Leids liegen in den Geistesgiften, Unwissenheit, Gier und Hass. Obwohl diese Kräfte sehr stark sind, lassen sie sich überwinden. Und zwar durch das Studium und Üben eines Kanons, der später Buddhismus genannt wurde. Buddha, der Erwachte, wurde der Ehrentitel des Prinzen Siddhartha. In den berühmten Lehrreden, den Sutras, sind die Ausführungen des Buddha über die Auflösung von Leid beschrieben. Einen möglichen Weg zeigen die sogenannten Paramitas. Die sechs Paramitas bilden einen Orientierungsrahmen für buddhistisches Denken, Handeln und Üben. Die Paramita Dhyana vergrößert und befreit unser Bewusstsein. Die Paramita Dhyana macht uns großzügiger im Denken und Handeln. Die Paramita Silla lässt uns Maßstäbe für angemessenes Verhalten entwickeln. Die Paramita Xanti lehrt uns Geduld und Mitgefühl. Die Paramita Virja weckt in uns die Tugenden Beharrlichkeit und Begeisterung. Die Paramita Brajna lässt uns geistige Klarheit entwickeln und unterstützt unsere innere Weisheit. Diese Fähigkeiten und Tugenden kann jeder Mensch entwickeln und durch angemessenes Training immer weiter kultivieren. Das Sanskrit-Wort Paramita bedeutet übersetzt zum anderen Ufer gelangen oder zu etwas gelangen, das jenseits aller Begrenzungen liegt. Das gibt uns sofort eine sehr genaue, bildliche Vorstellung, was die Paramitas für den Buddhisten bedeuten. Sie sind wie ein Boot, das uns zu einem Ort bringt, an dem wir unsere alten Sichtweisen hinter uns gelassen haben und der uns etwas Neues, Unbegrenztes eröffnet. Ob es dabei wirklich zur Erleuchtung kommt, wie sie die Buddhisten anstreben, ist nicht entscheidend. Mehr Klarheit und Glück, mehr Ausgeglichenheit und Freude, mehr seelische und geistige Gesundheit sind Verlockung genug, um uns mit den Paramitas auf den Weg zu machen. Dass dies keine leeren Versprechungen sind, belegt nicht nur die jahrtausendealte Praxis des Buddhismus, sondern das zeigen auch die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse aus so unterschiedlichen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Ökonomie, Neurobiologie und Physik. Es ist faszinierend, dass der wissenschaftliche Erkenntnisweg und der buddhistische Erfahrungsweg zu vergleichbaren Ergebnissen führen, wenn man Erfüllung sucht. Was der Mensch unbedingt braucht, um sich aus seinen Verstrickungen zu lösen und glücklicher zu werden, ist zunächst eine Praxis oder Technik, die die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und Selbstreflexion schult, wie es das Achtsamkeitstraining oder die Meditation können. Mit diesen Methoden kann jeder seine eigenen destruktiven Muster erkennen und alte Ängste verbannen, um, wie es die Neurowissenschaft ausdrückt, Bahnen im Gehirn neu zu legen und zu vertiefen. Auch ein Entwicklungsweg in der Art der sechs Paramitas ist aus Sicht der Wissenschaften vielversprechend und praktikabel. Ob Resilienzforschung, das physikalische Resonanzgesetz oder die interdisziplinäre Glücksforschung, Sie alle halten Tugenden wie Großzügigkeit, Paramitadana, Moral, Paramitasilah, Geduld, Paramitaksanti, Begeisterungsfähigkeit, Paramitavirja und geistige Ruhe, Paramitadhyana, für wichtige Voraussetzungen, um Weisheit zu erlangen, Paramitabrajna. Jeder, der Meditation als mentales Training nutzt, um seine Konzentration zu stärken und Stress abzubauen, der wird schon nach wenigen Wochen spüren, dass er aufmerksamer ist, dass der Blutdruck sinkt, der Stress geringer wird und er sich wohler fühlt. Jeder kann das bei sich selbst nachprüfen. Wenn sich Buddhismus und Wissenschaft begegnen, dann treffen sich zwei verschiedene Methoden, die den Geist untersuchen. Die buddhistische geht den Weg über die Innenschau, die wissenschaftliche vertraut auf das technische Sichtbarmachen und Analysieren von Veränderungen im Gehirn. Das Interesse beider Richtungen ist dabei aber sehr ähnlich. Sie suchen nach Einflussmöglichkeiten auf das Gehirn, auf das Denken und Fühlen des Menschen. Während der Meditierende diese Veränderungen ganz subjektiv erlebt, versucht die Neurowissenschaft Veränderungen objektiv nachzuweisen. So verdanken wir es der Forschung, dass die beachtlichen positiven Auswirkungen des Meditierens wissenschaftlich längst belegt sind. Austausch und Annäherung Dass sich Wissenschaft und Buddhismus in den letzten Jahren so stark angenähert haben, ist dem 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso zu verdanken. Er hat 1987 zum ersten Mal ein großes internationales, interdisziplinäres Treffen zwischen buddhistischen Gelehrten und westlichen Wissenschaftlern angeregt, die Mind and Life Conference. Dabei gab er selbst den wichtigsten Anstoß, die Untersuchung von Langzeitmeditierenden. Die systematischen Forschungen begannen schließlich 1995 an vielen westlichen Universitäten mit der zentralen Frage, ob und welche Veränderungen sich im Gehirn von Langzeitmeditierenden abbilden lassen. Das Motto Mind and Life soll ausdrücken, dass die Schwerpunkte auf der Erforschung des Bewusstseins aus buddhistischer und naturwissenschaftlicher Perspektive liegen. Das Vertrauen, das der Dalai Lama in den Dialog mit westlichen Wissenschaftlern setzt, beruht auf seiner grundlegenden Überzeugung, wonach das Verständnis der Wirklichkeit in den Naturwissenschaften ebenso wie im Buddhismus durch kritische Untersuchungen gewonnen wird. Das mag manchen erstaunen, aber der Buddhismus ist keine Religion, die einen bestimmten Glauben erwartet. Vielmehr ist er eine Erfahrungswissenschaft, die seit mehr als 2500 Jahren lehrt, wie Menschen sich selbst entdecken können und dabei glücklicher werden. Die Mind and Life-Konferenzen gibt es seit 1987 alle zwei Jahre. Dabei kommen Buddhisten und Wissenschaftler aller Fachrichtungen zusammen. Diese Treffen bildeten einen ersten Versuch, die Schnittstellen zwischen Buddhismus und Wissenschaft kennenzulernen und zu nutzen. Der Dalai Lama sieht wichtige Gemeinsamkeiten zwischen der Wissenschaft und dem Buddhismus. Beide dienen der Menschheit und suchen nach einem besseren Verständnis der Welt. An diesen Treffen mit dem Dalai Lama sind bekannte Neurowissenschaftler, Psychologen, Mediziner und Physiker beteiligt. Aus den Mind and Life-Konferenzen entwickelte sich das gemeinnützige Mind and Life Institute, das wissenschaftliche Forschungsprojekte fördert, die den Dialog zwischen Wissenschaft und Buddhismus erforschen. Der Wind der Veränderung Das buddhistische Training macht uns nicht immun gegen Schwierigkeiten, Krankheiten, Alter, Sorgen und Leid. Wir haben weiter starke Gefühle. Wahrscheinlich spüren wir uns sogar intensiver als früher, aber wir haften nicht mehr so stark an den Gefühlen. Sie gehen schneller wieder vorbei, sind keine Dramen mehr, keine Endzeitszenarios. Trauer und Wut lähmen uns weniger. Wir erholen uns schneller, vielleicht weil wir die Realität klarer sehen und seltener dazu neigen, sie engstirnig zu interpretieren. Wir sind weniger ängstlich und viel großzügiger mit den eigenen Schwächen und mit denen der anderen. Wir können uns mehr und häufiger freuen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erfüllt. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. So ist unser Leben mit all seinen Schwierigkeiten reich und erforschen. Untertitelung des ZDF, 2020